Also halten wir fest, beide Wachtürme gleich fertig. Der ist gut besetzt, ist schon ein General drin und dieser Bauernhof wird gleich anfangen zu arbeiten. Hier wird Platz gemacht, da kann dann auch noch ein Bauernhof hin. Vielleicht habe ich bis dahin von alleine schon wieder eine Sense hergestellt. Oder einfach eine Axt. Aber Mühle läuft, Bäckerei läuft. Der schafft die Nahrung aber auch direkt weg, ne? Ja, hier wird nichts davon eingelagert, also wird es halt definitiv auch noch gebraucht. So, sieht es jetzt ja aus. Nicht schlecht. Komm, mach fertig. Dann nimmt mir das noch nicht übel jetzt. Ich habe halt jetzt erstmal nur Billo-Soldaten. Wenn er mich da direkt angreifen würde, wäre das eher schlecht. Nicht schlecht angedacht. Direkt Minzen anmachen. So, hier machen wir Minzen aus. Hier kann die Minzen jetzt auch ausmachen. auch die Minzen tatsächlich da oben an den Wachtürmen. Hier raus, wahrscheinlich schon zu spät. Jetzt wird es interessant. Okay, ich habe ihm direkt Gebäude geklaut. Aber... Ach, der hat direkt hier das Hauptquartier dann schon und keine... ...ühhh. Häh! Wie? Was ist denn da? Häh? Ach, schon da. Erstmal lege ich mir gleich. Okay, dann kriege ich jetzt hier... Stein ob hin. Oh, dieser, der da ist. Ich glaube, die haben alle weg, aber... Ich muss dann direkt auf sein Hubquartier gehen, wie es aussieht, oder? Ich baue hier noch was hin. Ich sage, ich baue hier noch mal einen Wachtturm. So ein Katapult. Ich sage, hier nen Wachtturm. Hier nen Katapult. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, ob so schnell die Steine dann hier vor Ort sind, dass mir das was nützt. Das findet mir raus. So, und jetzt kommt es darauf an, wie schnell kriegen wir hier Münzen ran. Und da hat auch immer noch Münzen hier. Dann machen wir das ganz anders. Wir sagen mal, zur Mitte. So mittelnahe. Und Pante. Was auch immer. Kriegen auch volle Besetzung. Dann nehme ich die wieder raus. Dann habe ich wenigstens die Münzen dann hier verarbeitet. Das ist halt die Frage, wie laufen hier die Bergwerke? Läuft. Läuft. Läuft auch. Schmiede, Schmelze. Läuft. Schlosserei läuft. Machen die Goldbergwerke hier. Das geht wohl schon zu nah. Weiß ich nicht. Da haben wir Gold eingelagert. Jede Menge. Das heißt, die Münzprägerei habe ich die eigentlich gebaut. Hier. Die kommt nicht komplett hinterher. Ich brauche einfach mal noch eine. Das gefällt mir nicht. Ob das besser ist jetzt. Hier noch verknüpfen. Gleich bringt es was. Könnte dann schon wieder mit der Kohle knapp werden. Wollen wir es mal sehen. Hm. Er geht auch erstmal nicht in den Gegenangriff, wie es aussieht. Es ist nicht verkehrt. Wird auf jeden Fall schon was. Genau. So habe ich mir das nämlich gedacht. Sind die abgearbeitet? Die abgearbeitet. Und die auch. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir gehen jetzt hin. Ich bin alleine. Ok. Er hat nur ein Stück. Ach, dann... Ja, hier geht's voran. Das geht gut, das geht gut. Wäre nicht schlecht, wenn wir den dann bald noch angreifen könnten. Vielleicht mache ich doch mal ein ganz klein bisschen Zeitbeschleunigung. Wo haben wir denn eigentlich einen Steinbruch? Ach, hier oben. Ja, ja, ja. Zwei Bauernhöfe. Ja. Man muss nämlich überlegen, ob man eventuell noch einen Bäcker baut. Mit einer Mühle. Und das mit dem Holzfäller in dem Forsthaus, das hält sich hier relativ in der Waage, das ist gut. Okay, hier werden Dinge gebaut. Mir wäre es lieb, wenn irgendwo mal noch Granit wäre. Ich dachte, dass wir nicht... Tiefe-Verteidiger macht Sinn. Verteidigung. Angriff. Ich gehe mal ganz kurz hier auf schwache Soldaten und sage mal hier kurz raus. Und hier kurz raus. Vielleicht funktioniert das, was ich vorhabe. Ich mache das wieder an. In der Hoffnung, dass jetzt hier normale Soldaten kommen und nicht ein paar Generäle mir schon auf Reserve gelegt habe. Okay, ein Goldbergwerk ist auf jeden Fall hinüber. So. Okay, wenn die Brügerei steht, die nächste. Wollte ich gucken, wer jetzt hier angelaufen kommt. Oh, jemand angelaufen? Ja, guck. Schwache. Perfekt. Das ist doch noch eine Kohle hier oben. Die Coins sind mir tatsächlich noch zu wenig zum angreifen. Die Coins sind mir tatsächlich noch zu wenig zum angreifen. Die Coins sind mir tatsächlich noch zu wenig zum angreifen. Jetzt können wir das noch mal wieder... Wir müssten hier nämlich direkt schon mal Generäle reingehen. Hoffe ich. Gut, der hat hier schon ganz schön Stoffe abgebaut. Oh, du, warte ich jetzt speichern. Katapult steht. Beschuss aus. Wir lassen erst mal Steine einlagern. Das ist sinnvoll. Das sieht gut aus. Das stimmt. Das stimmt. Lauf doch gleich lossehen. Malinus, ja. Der Wachtturm auch fertig. Was brauchst du hier? Eine Baracke. Oh, ich muss jetzt nur schneller sein. Oh, das müsst ihr schaffen. Pull der jetzt. Schnee, schnee, schnee. Das war's für die Katz. Oh, doch schneller. Oh, oh, das schaffe ich nicht. Kacke. Ich bin zwar eher fertig, aber meine Soldaten sind deutlich weiter weg. Es sei denn, er hat nicht alle Rohstoffe. Doch, hat er. Mist. Oh, das wird eng. Das wird eng, das wird eng. Der hat ja noch Soldaten. Ich will's nicht chingsen. Mist, da kommt doch ein Soldat. Das schaffe ich nicht. Schade, aber auch. Ah, Kacke. Ach, Mist. Das habe ich nicht geschafft. Ah, jetzt kommt mein Soldat. Kacke. Der kann ich natürlich jetzt nicht mehr, weil das dann zu nah ist. Ach, Mist. Das war knapp. Das war knapp. Oh, hier könnte ich aber jetzt so. Das war jetzt blöd. Aber gut. Das habe ich mir anders vorgestellt. Und mit zehn Mann möchte ich ungern angreifen. Geht nicht weiter auszubauen. Ja, wahrscheinlich geht es nicht. Okay, jetzt gehen meine Goldbergwerke langsam zur Neige. Wehe ich es. Das will ich noch mal gucken. Da ist wohl schon nichts mehr drin, aber es ist auch keine Nahrung da. Ich kann das schlecht einschätzen. Das sieht man halt erst, wenn er jetzt wieder Nahrung kriegt, ob es verbraucht wird. Und wer arbeitet noch? Ja, das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich habe dir mal Nahrung, damit ich das sehe. Das war so nicht geplant hier. Ich dachte, ich kriege es schon hin, aber da müssen wir noch kurz warten. Okay, der ist auf jeden Fall hinüber. Das kann man doch hier aber auf jeden Fall noch sagen, kommen wir hier, kommen wir hier, kommen wir hier, Bauernhöfe, zack. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viele Sensen jetzt schon wieder habe, aber du bist auch abgeandert hier, ne? Ist das richtig? Ich kann doch tatsächlich rüber gehen und lasse den Bauern auf den Platz hier noch. Das ist aber jetzt ein Zufall, dass sie jetzt hier auf einmal alle Geist aufgeben. Ich hatte ja noch weiter unten, dann hatte ich auch noch Eisenbergwerke. Ich weiß nicht, wie lange sich das noch hinzieht. Mühe raus. Ich denke aber, mit den Rohstoffen werden wir soweit schon deutlich gut hinkommen. Ich denke, das ist immer noch ein Zufall. Ich denke, das gibt es schon noch ein Nachmittag, ich denke, ich denke, dass es gar nicht mehr so gut. Ich denke, es geht einfach. Ich denke, es geht doch mal. Ich denke, es geht einfach. Und in der Angst-Mögel kommt ein Aufmerksamkeit. Vielen Dank.